Sicherheit und Privatheit sind grundlegende Bürgerrechte in demokratischen Gesellschaften und da auch zentrale Anforderungen an moderne IT-Systeme. Datenschutz, Anonymität und Pseudanominität, Vertrauen und Reputation sowie deren benutzungsfreundliche Umsetzung in Computernetzwerken sind bedeutende Aspekte moderner Informatikforschung. Der diesjährige Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger Giulio Malavolta hat im Gebiet der Kryptografie hierzu in außergewöhnlicher Breite und Tiefe beigetragen, wobei er sich insbesondere mit dem Schutz von Berechnungen statt nur mit dem Schutz statistischer Daten beschäftigt. Er widmet sich in seinen Arbeiten drei der aktuellsten, technisch anspruchsvollsten und dynamischsten Gebiete der Kryptografie. Dies sind zum einen Privatheit warnende Techniken wie Zero-Knowledge und nicht-interaktive Beweise, sowie Multi-Party-Berechnungen, die auch bei Blockchains und Kryptowährungen zum Einsatz kommen. Zum anderen hat er auch voll homomorphe Verschlussungsverfahren entwickelt. Diese ermöglichen es, mit hoher Effizienz Funktionen auf verschlüsselten Daten zu berechnen, wodurch aufwendige Berechnungen auch an nicht-vertrauenswürdige Dienstleister übertragen werden können. Schließlich forscht Malavolta an kryptografischen Verfahren wie Verschlüsselung und digitalen Signaturen, die auch Angriffen mit Quantencomputern widerstehen. In verschiedenen Arbeiten hat er neue und originelle Techniken für die Konstruktion oder die Sichtheilsbeweise sogenannter post-quantensicherer Verfahren entwickelt. Dass er in all diesen Bereichen nicht nur theoretisch fundierte Beiträge liefert, sondern auch die Brücke zur praktischen Anwendung schlägt, hebt ihn besonders hervor. So hat er kürzlich ein erstes effizientes Registration-Based Encryption-Verfahren vorgestellt, das die sonst aufwendigen Vertraulichkeitsanforderungen an die Public-Key-Infrastruktur minimiert. Malavolta konnte seine Forschungsergebnisse in exzellenter Qualität und Quantität sowohl auf den angesehensten Konferenzen der Kryptografie als auch in den kompetitivsten Konferenzen im allgemeineren Gebiet der Sicherheit und Privatheit vorstellen. Viele seiner Artikel haben das Gebiet der Kryptografie bereits jetzt nachhaltig beeinflusst und Malavolta zählt international zu den herausragenden jüngeren Forscherinnen und Forschern in der IT-Sicherheit. Schon der Lebenslauf von Giulio Malavolta zeigt eine hohe Leistungsbereitschaft und ein großes Maß an Internationalität. Nach dem Studium der Bioinformatik an der Universität Bologna wurde er 2019 an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg mit Auszeichnungen Informatik promoviert. Seine Dissertation zu Cryptographic Clarks and Applications wurde mit dem Promotionspreis der Städler Stiftung ausgezeichnet. Nach Postdoc-Aufenthalten an der Carnegie Mellon University am Simons Institute for a Theory of Computing und der Universität of California Berkeley wurde er 2020 Gruppenleiter mit Tenure Track am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum. An der Universität Bochum lehrte er an der Fakultät Informatik und ist im Exzellenzcluster Cyber Security in the Age of Large-Scale Adversaries als Co-PI eingebunden. Darüber hinaus hat Herr Malavolta bereits auch erfolgreich Drittmittel aus der Industrie, vom BMBF, aber auch einen Starting Grant des ERC eingeworben. Im Jahr 2023 kommt nun der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis hinzu. Als Würdigung der bisherigen herausragenden wissenschaftlichen Leistungen von Dr. Julio Malavolta und als weiterer Ansporn für eine erfolgreiche akademische Zukunft. Wir alle gratulieren sehr herzlich und wünschen Ihnen alles Gute bei der weiteren Forschung. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020